ARD Text im Auftrag von Funk Und das Kind, wir sind ihm scheißegal Bist du jetzt schwul? Bist du nicht schwul? Was bist du denn? Macht euch vom Gelehnen Was ist denn los? Man, wer das ist scheißig und schwanker Mira ist chronisch eifersüchtig, ich weiß auch nicht warum Darf ich vorstellen? Lege ich C Wo hast du das denn her? Da, wo man ein Ultraschallbild halt herkriegt Das ist ein Junge Das ist ein Junge? Ja Das ist ein Junge Ja? Fändest du das in Ordnung? Wenn du einmal mit dem Typen Sex hast Von ihm schwanger wirst Feststellst, dass er schwul ist Und dann erklärst du dich bereit, mit beiden ein Kind aufzuziehen Wie werden das, hä? Kann ich dir einen Tee oder sowas anbieten? Kann ich dir einen Tee oder sowas anbieten? Das ist ein Junge